Ja, das aktuelle Wetter in Kurzform, heute mal etwas später, das muss nicht immer früh am Morgen sein und ich habe gedacht, vielleicht kann ich euch Sonnenschein präsentieren oder Regen, also keins von beiden im Moment, aber ich war unterwegs und es hat schon ein bisschen genieselt. Also heute der 6. April 2024, jetzt ist es 14.30 Uhr, wir haben ungefähr 22, 23 Grad am Thermometer vorhin 24 gesehen, hier geht ein bisschen Wind, Wolken, Sonne, Mix kann man nicht sagen, sondern fast durchgehend bewölkt hier und ja, was soll ich sagen, 7.45 Uhr war der Sonnenaufgang, um 20.22 Uhr ist Sonnenuntergang, Temperatur und Höchstwerte haben sie heute gemeldet bis 26 Grad, aber ganz so warm ist es nicht, 18 Grad waren heute die Tiefstwerten. Zu den Gezeiten, Niedrigwasser war um 6.30 Uhr und um 12.39 Uhr Hochwasser, also jetzt ist wieder ablaufendes Wasser am Strand von Maspalomas. Ja, so ist die Situation, tiefhängende Wolken, ein paar Regentropfen, Niesel, Regen kann man nicht sagen und ja, im Moment glaube ich nicht, dass es hier irgendwo in dem näheren Einzugsbereich viel Sonne gibt. Es soll jetzt die kommenden Tage aber wieder sehr, sehr warm werden, heißt es aber nichts von Kalima, sondern nur höhere Temperaturen. Ich sage, hasta luego.